Hallo, heute beim 1-Minuten-Star Tim Schwarzmeier. Viele kennen ihn noch aus? Harry Potter, Teil 1 und 2. Genau. Theoretisch. Ja, da warst du ja sehr bekannt, aber du hast noch viele andere tolle Sachen gemacht. Was denn zum Beispiel? Ja, aktuell immer noch Morty aus Rick and Morty, dann Anime Senku Ishigami aus Dr. Stone, Subaru Natsuki, ReZero oder bei dem Film 1917 war ich als Lieutenant Schofield auch zu hören. Ja, bei mir, bei Elite warst du ja auch mal drin. Bei Elite war ich auch. Du warst ja der schöne Prinz, ich hab aber vergessen, wie er heißt. Ich auch. Tut mir leid, das ist immer so. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. Egal. Und sonst irgendwas anderes noch? Oder Spiele oder die anderen tolle Sachen? Spiele? Nicht viel. Darf ich auch gerade... Habe ich tatsächlich was gemacht, aber darf ich gar nicht verraten, was? Auf YouTube, bei den DICE Actors, könnt ihr mich noch sehen. Unbedingt einschalten. Wir spielen Dungeons & Dragons mit ganz vielen tollen Kollegen. Genau, da machen wir auch noch ein Special zu. Tschüss! Tschüss!